Fünf Gründe, warum Autisten in Beziehungen scheitern. In diesem Video erzähle ich dir fünf Wahrheiten über Autisten, die du so nirgendwo im gesamten Internet wieder hören wirst. Mein Name ist Tom, ich bin selber diagnostizierter Asperger-Autist, seit rund zehn Jahren autistischer Gruppenleiter und Berater. Grund Nummer eins. Autisten haben eine extreme Detailwahrnehmung, sehen sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und das führt dazu, dass sie körperliche Makel an ihrem Partner wahrnehmen und nicht mehr ausblenden können, die sie schlicht und ergreifend in den Wahnsinn treiben. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass Autisten Details übermäßig stark wahrnehmen. Da verweise ich auch auf mein Video zur autistischen Wahrnehmung und das kann dazu führen, dass auch je länger die Beziehung läuft, ein von Autismus Betroffener, insbesondere auch körperliche Makel bei seinem Partner wahrnimmt und da einfach nicht mehr drüber hinwegkommt. Normalerweise ist es so, dass Nicht-Autisten einen Menschen immer im Ganzen betrachten. Ja, und auch wenn wir den einen oder anderen Makel haben, ist das nicht weiter schlimm. Das geht in der Gesamtwahrnehmung unter. Bei Autisten kann das anders sein. Denn es ist gut möglich, dass Autisten einzelne körperliche Makel, ja, eine schiefe Nase, vielleicht ein Muttermal, das sie stört, übermäßig fokussiert wahrnehmen, ja, den Fokus nur noch auf diesen für sie empfundene Makel haben und somit den Partner im Gesamten nicht mehr attraktiv finden. Das ist ein ganz großes Problem, zumal Autisten das nicht mit Absicht machen, sich nicht dagegen wehren können. Das kann dazu führen, vielleicht sogar, dass die Gefühle für den Partner weniger werden, dass sie am Partner zweifeln, dass sie fragen, ist mein Partner eigentlich noch gut genug oder dass die Sexualität sehr darunter leidet. Ja, meine Lieben, Autisten nehmen gegebenenfalls körperliche Makel, insbesondere übermäßig krass und fokussiert wahr und können diesen Makel dann auch nicht mehr ausblenden. Grund Nummer zwei. Autisten können im Leben, im partnerschaftlichen Leben, insbesondere was die Freizeitgestaltung anbelangt, häufig nicht mithalten. Und so kommt es dazu, dass die Beziehung, je länger sie läuft, auseinander geht. Zum Beispiel, weil der nicht-autistische Partner immer neuere Freunde findet, immer mehr mit den Freunden Zeit verbringt und ja, der Autist da einfach nicht mehr drin ist. Wie meine ich das genau? Ja, Autisten haben häufig Schwierigkeiten, flexibel zu reagieren auf irgendwelche Unternehmungen, die stattfinden sollen, haben häufig auch Hemmungen, insbesondere wenn es soziale Aktivitäten oder auch sportliche Aktivitäten sind. Und es ist nun einmal so, dass in partnerschaftlichen Beziehungen eigentlich zwei Leute immer wieder neue Sachen machen, die spannend sind, die aufregend sind, zum Beispiel zum Klettern zu gehen. Es ist nur ein Beispiel. Ja, Klettern ist ja relativ. in oder auf Partys zu gehen, mit Freunden zu treffen und so weiter und so fort. Und es kann tatsächlich sein, dass von Autismus Betroffene hier nicht mithalten können, zumindestens aber so gehemmt sind, dass sie immer sagen, nein, ich möchte nicht zum Klettern, ja, da fühle ich mich unwohl, das ist nichts für mich. Oder hey, ich möchte nicht auf die und die Veranstaltung mit Freunden, dass, ja, da komme ich nicht klar in diesen Sozialen und so weiter und so fort. Ja, und so kann es natürlich sein, dass der von Autismus Betroffene irgendwann nur noch der eine Partner ist, der zu Hause rumsitzt, während der nicht-autistische Part der Beziehung mit Freunden um die Häuser zieht. So kann es sein, dass eine Beziehung auseinander geht. So kann es sein, dass der Autist abgehängt wird. Ja, so kann es sogar sein, dass der nicht-Autist einen neuen Partner findet, sich verliebt, während der Autist zu Hause sitzt und, ja, wartet, dass der Liebespartner irgendwann zurückkommt. Das ist ein ganz großes Problem. Deswegen meine Empfehlung, liebe von Autismus Betroffene, seht zu, dass ihr auch, ja, aus euch selber rauskommt. Kommt aus eurer Komfortzone mit und seid dankbar dafür, wenn ihr einen Partner habt, der euch mitzieht, vielleicht sogar auf irgendwelche Aktivitäten, die ihr vorher noch nicht konntet. Vielleicht macht es euch doch Spaß. Nicht selten ist es doch so und ihr werdet dadurch natürlich über euch hinaus wachsen. Eine Sache möchte ich hier noch erwähnen. Ja, Autisten haben häufig sehr massive Spezialinteressen, denen sie sich ausgiebig widmen. Das kann im umgekehrten Fall zu dem, den ich jetzt genannt habe, auch dazu führen, dass Autismus Betroffene sich nur noch mit ihren Spezialinteressen beschäftigen und, ja, somit, dass die Autisten diejenigen sind, die ihren Partner links liegen lassen, ja, weil sie sich einfach nicht für das interessieren, mit was der Partner im Leben hat, mit was der Partner sich beschäftigt und sagt, hey, na nun, ich bin halt nur mal Autist. Das ist mein Spezialinteresse. Das mache ich den ganzen Tag und da musst du dann halt zusehen. Das sind halt autistische Eigenschaften. Klar, in dieser Haltung kann man kommen. Diese Haltung kann man annehmen. Das ist legitim, ist aber natürlich für eine Partnerschaft nicht förderlich. Grund Nummer drei. Autisten müssen immer über alles reden. Ja, es ist so, dass wir wissen, dass Menschen mit Autismus in aller Regel immer zu wenig sprechen, zu wenig kommunizieren oder zu viel kommunizieren, die ganze Zeit am plappern sind, da, 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 da. Wir wissen, dass die Mitte häufig oder in den allermeisten Fällen eben nicht getroffen wird. Dazu kann es dann kommen, dass der Autist in Beziehungen immer am Reden ist, immer am Schnattern ist und somit den Partner, ja, bildlich gesprochen, erschlägt, sprichwortlich gesprochen, einfach erschlägt durch diesen Schwall an Kommunikation. Und es ist auch so, dass Autisten ein ganz großes Problem haben, Dinge sich zu verkneifen, auszusprechen, die sie sich denken und bei denen sie das Bedürfnis haben, diese auszusprechen. Autisten müssen in aller Regel über alles sprechen, über das sie sprechen wollen, können das einfach nicht unterdrücken. Es ist richtig, dass viele sich das für eine Zeit lang unterdrücken können, aber in partnerschaftlichen Beziehungen, nun, da hockt man halt immer zusammen, ja, oder zumindestens immer wieder über einen langen Zeitraum und irgendwann wird es den Autisten so sehr wurmen, das, was er gerne sagen möchte, was er gerne sich aussprechen möchte, dann nicht sagen zu können, dass er es doch ausplappert und das können sogar unschöne Dinge in der Beziehung sein. Das kann sogar, wir erinnern uns an Punkt 1 aus diesem Video sein, dass der Autist das Bedürfnis, dem Partner seine körperlichen Makel aufzuzählen, vorzuhalten, nicht unterdrücken kann. Das ist eine sehr unschöne Situation und ich kann da wirklich nur appellieren, auch an die von Autismus betroffenen Zuschauer, das zu üben, das sich wirklich zu verkneifen, das runterzuschlucken. Ihr wisst doch selber, man sollte und man muss auch nicht alles aussprechen, was man aussprechen will. Ich weiß, es ist schwer, aber es kann sehr, sehr problematisch sein, einem Partner zum Beispiel zu sagen, hey, ich finde deine Nase nicht schön, deine Nase stört mich oder du bist mir zu dick und so weiter und so fort. Wir können uns jetzt da irgendetwas ausdenken, denn das kann den Partner langfristig kränken und in seinem Selbstwert zerstören. Ja, und das ist nicht nur unschön für diesen Menschen, sondern es wird auch dazu führen, dass dieser gekränkte, in seinem Selbstwert gestörte Partner sich gegebenenfalls mittel- oder langfristig vom Autisten abwenden wird. Denn wir suchen immer die Nähe von Menschen, die uns ein gutes Gefühl geben, die uns positiv bestärken. Und wenn wir das Gefühl haben, hey, ich habe einen Partner und der findet mich eigentlich gar nicht attraktiv, der findet mich in vielen Sachen eventuell sogar hässlich, er empfindet mich als Problem, dann wird das passieren, dass der von Nicht-Autismus betroffene Partner eventuell anfängt, mehr und mehr den Autisten zu meiden und das wird dazu führen, dass die Beziehung auseinander geht, meine Lieben. Ja, Punkt Nummer 4, Probleme mit Gestik und Mimik. Ja, ich denke, das ist ein absoluter Klassiker, darf aber natürlich in diesem Video nicht fehlen. Hey Mann, es ist tatsächlich so, dass Autisten häufig in der Kommunikation mit Nicht-Autisten extreme Missverständnisse anhäufen, eventuell subtile Signale nicht sehen. Ja, es so sogar zu Streit oder Verletzungen kommen kann, ungewollt. Autisten haben außerdem eventuell das Problem, dass ihre Gestik- und Mimik-Kommunikation missverständlich ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir wissen, dass Autisten dafür gar kein Verständnis haben, wir wissen auch, dass Autisten selber über Gestik und Mimik anders kommunizieren, als es Nicht-Autisten tun. Warum? Gerade weil sie die subtilen Signale anderer Menschen nicht erkennen können, werden sie sich natürlich selber nicht an die geltenden sozialen Normen anpassen können im Laufe des Lebens. Und werden somit natürlich immer vielleicht für den Rest ihres Lebens eine von der Norm abweichende, für andere nicht passend wirkende Gestik- und Mimik-Kommunikation an den Tag legen. Und auch das kann wieder zu Missverständnissen führen. Ich habe in anderen Videos schon erzählt, dass ich schon autistische Klienten hatte, die immer einen Gesichtsausdruck zum Beispiel drauf hatten, übermäßig ernst, zornig, der dazu führt, ohne dass sie es tatsächlich wollten, völlig ungewollt, dass andere Menschen immer geglaubt haben, hey, der lehnt mich ab. Das heißt, Autisten, die dieses Problem haben, senden eventuell unterschwellig, ungewollt, unbewusst an andere Menschen permanent ein Signal über Gestik und Mimik, ich lehne dich eigentlich ab. Nun, und da Nicht-Autisten diese Signale aber, im Gegensatz zu Autisten, intuitiv ständig verarbeiten, werden auch Nicht-Autisten sich in diesem Fall ständig abgelehnt und nicht geliebt fühlen. Ich denke, ich muss nicht ausführen, wie auch das Beziehungen stark belasten kann. Ja, meine Lieben, Grund Nummer 5. Und das ist einer der heftigsten Gründe überhaupt. Betrifft in erster Linie Männer tatsächlich, ich habe schon einige Videos zu diesem speziellen Thema gemacht, dass Autisten eventuell, was ihre Karriere und Lebensplanung anbelangt, anderen Menschen hinterher hin können, weil Autisten häufig einen brüchigen Lebenslauf zum Beispiel hatten, weil sie erwerbsunfähig waren, arbeitsunfähig waren oder noch immer sind. Und auch wenn irgendwann dann mit 30, 40, 50 der Autist, weil er sich natürlich auch weiterentwickelt, wir erinnern uns, Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, ja, und entwickeln sich somit natürlich trotzdem weiter, ja, ein Autist wird sich verändern im Laufe des Lebens. Es ist ein Unterschied, ob wir einen 15-Jährigen oder einen 50-Jährigen Autisten hier haben. Selbst wenn Autisten später anfangen, Karriere nachzuholen, ja, selber zu arbeiten, werden sie eventuell, was die ganze Karriereplanung anbelangt, massiv hinterherhinken anderen Menschen und werden somit ihre, ja, es ist leider so, das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass das eine Gegebenheit ist, die faktisch in unserer Gesellschaft existiert, wenn sie zum Beispiel Männer sind, nicht die Rolle des Ernährers oder des Hauptverdieners in einer Beziehung übernehmen können und das führt eventuell zu anhaltenden Streitigkeiten in der Beziehung, ja, wenn die Rollenverteilung, wenn die Frau tatsächlich eine weibliche Rolle einnimmt, der Mann deswegen die männliche Rolle einnehmen soll, Stichwort Geschlechterpolarität, ja, das nicht können und das kann auch wiederum zu einer, ja, zu einer anhaltenden, zumindest unterschwelligen Problematik führen, ein ganz großes Problem. Zumal wir auch ganz ehrlich sagen müssen, dass männliche Autisten insbesondere, die finanziell sehr, sehr schlecht aufgestellt sind mit 30, 40, 50, die eventuell berentet sind, die ganz massiv auf ihr Geld achten müssen, natürlich auch wieder weniger Möglichkeiten haben, Freizeitaktivitäten mit anderen Menschen wahrzunehmen, ja, und, oder die Erwartungen, die wir, wie gesagt, ich sage es nochmal, es ist nicht so, dass ich sage, es sollte sein, es ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, aber es ist ein in der Gesellschaft auffindbarer Fakt, die Erwartungen der Gesellschaft zu befriedigen, auch die Erwartungen von vielen Frauen zu befriedigen und haben somit natürlich eventuell auch in der Partnerwahl eine massive Einschränkung. Wir können uns glaube ich darauf einigen, dass Männer, die finanziell gut aufgestellt sind, eine höhere Auswahl zumindest in der Gesellschaft haben, als Männer, die finanziell eingeschränkt sind. Meine Lieben, das wären meine fünf Gründe, warum Autisten in Beziehungen sehr, sehr häufig scheitern. Es ist kein Video, um auf Autisten herumzuhacken, natürlich nicht. Autisten suchen sich das nicht auf. Es könnte doch aber ein Anreiz sein, wenn ich dich auf den einen oder anderen Punkt hingewiesen habe, hier an dir selber zu arbeiten, einfach für dich. Es könnte auch ein Anlass sein, dass von Nicht-Autismus Betroffene eventuell etwas Verständnis gewinnen und aufbringen für Autisten. Ja, wenn da mal irgendetwas in der Partnerschaft nicht so läuft, wie es soll. Natürlich treffen alle diese Punkte auch nicht auf alle Autisten zu. Diesen Disclaimer muss ich leider noch bringen. Wenn dir noch weitere Gründe einfallen, warum Autisten in Beziehungen scheitern oder du Gründe parat hast, was Autisten in Beziehungen ganz besonders gut können und eventuell sogar die Nase vorn haben vor Nicht-Autisten, schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin absolut gespannt. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal. Wenn du mich und dieses Projekt hier unterstützen möchtest, werde von Herzen gerne Kanalmitglied. Damit hilfst du mir auf meinem Lebensweg weiter. Ich mache auch jeden Monat mindestens einen Q&A nur für Mitglieder. Wie immer wünsche ich euch alles Gute auf eurem Lebensweg. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.